Drei Wertungen auf Rang 15, aber die Hälfte der Damen hat natürlich erst zwei Geräte absolviert. Zumindest zeichnet sich ein spannender Wettbewerb ab zwischen Yangbo Onodi und Svetlana Poginskaya. Marie Kosuge aus Japan. Sehr fachkundig, im Übrigen auch das Publikum in Brüssel. Vielleicht haben sie gelernt aus, oder bei den Europameisterschaften von 1989. Es wäre interessant mal zu wissen, ob Mitsuo Tsukahara, der Weltklasseturner der vergangenen Jahre in Japan, ob sich die auch mal auf so einen Spiegelbalken stellt, um mal zu testen, was er den Mädchen da zumuten muss. Zehn Zentimeter breit, wie gesagt, ein Tsukahara als Abgang von Miura Kosuge.